So, willkommen zurück hier auf dem Kanal. Heute nehme ich euch mal mit in den Bereich des Südharzes und zwar wollte ich mit Gerd zusammen eine Grubenbefahrung machen und haben dann durch Zufall einen Verbruch gefunden, der auch relativ frisch war. Den haben wir uns dann mal näher angesehen und festgestellt, dass es ein Grubenzugang ist und dann haben wir dann diese Grube befahren. Die Befahrung ist allerdings schon aus dem Jahr 2020. Ich habe mittlerweile so viel Videomaterial, dass ich wahrscheinlich ein Jahr gar nichts mehr machen bräuchte und könnte alle zwei Wochen ein Video hochladen. Für alle, die selber YouTube machen, wissen wovon ich rede. Es ist teilweise sehr zeitaufwendig, die ganzen Videodateien zu schneiden, zu bearbeiten, zu vertonen, das fertige Video dann auch wieder zu überprüfen, bis es dann hochgeladen ist. Es ist immer ein Heidenaufwand. Ich habe es jetzt aber endlich mal geschafft, diese Befahrung fertigzustellen, weil ich euch die auch nicht vorenthalten möchte, weil es war definitiv eine echt kranke Befahrung. Ich würde in die Grube auch nie wieder reingehen. Unheimlich gefährlich. An allen Ecken und Enden Verbrüche, Wassereinbrüche, Blindschächte, die überquert werden müssen, teilweise laufen Schienen ohne Untergrund. Einfach über einen Blindschacht drüber hinweg. Habe ich es vorher noch nie gesehen. Und da habe ich es teilweise sogar mit der Angst zu tun gekriegt. Wir haben auch einige Stollenbereiche komplett ausgelassen und haben die gar nicht befahren. Zur Grube selbst kann ich sagen, es müsste auf Eisenstein gebaut worden sein. Ich kann es aber nicht genau sagen. Da in diesem Bereich mehrere Gruben gebaut haben, kann ich auch nicht genau sagen, um welche Grube es sich jetzt genau handelt. Die Aufnahmen sind echt gut geworden und die zeige ich euch jetzt. Die Aufnahmen sind echt gut geworden. Die Aufnahmen sind echt gut geworden. Die Aufnahmen sind echt gut geworden. Die Aufnahmen sind echt guessing chegou ab. Die Aufnahmen sind echt gut geworden. Die Aufnahmen ist echt gut geworden. Die Aufnahmen sind echt gut geworden und richtig geworden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.